So, ich muss euch jetzt mal was erzählen. Nicht lustig, nicht ironisch oder irgendwas. Völlig ernsthaft. Also passt auf. Heute ist am frühen Morgen zwischen Lippstadt und Stirpe ein schwerer Unfall passiert. Dabei ist eine junge Frau gestorben. Und ich habe genau gehört, ich habe mir auch im Bett gelegen. Da habe ich die Rettungswagen gehört. Da habe ich mir schon gedacht, oh, da ist was passiert. Und da habe ich jetzt gelesen, eine junge Frau gestorben. Das ist sowas von furchtbar. Überlegt euch das. Das tut mir so furchtbar leid. Die junge Frau, jetzt wird morgen noch gelebt. Sie hat gefrühstückt, vielleicht gelacht. Jetzt ist sie tot. Das tut mir das weh tut. Auch wenn ich diese junge Frau nicht kannte, aber das tut mir richtig leid. Das ist sowas von furchtbar. Und ich möchte das jetzt nutzen, um allen Angehörigen und Freunden meinen Beileid auszusprechen. Ihr seid nicht alleine. Dankeschön.